Hallo und willkommen zu den RCBirds und danke fürs Vorbeischauen. In den letzten Wochen hatte ich ja ein paar Videos zu meinem HP Toys Wilderness Beluga veröffentlicht, also möchte ich noch mal eine kurze Zusammenfassung machen. Der Wagen kommt mit allem daher, was für den Fahrspaß nötig ist, außer den Batterien für den Sender. Und wie immer kann ich nur empfehlen, ein anständiges Ladegerät für den Fahrakku zu holen und nicht den USB-Charger zu verwenden, der auch im Lieferumfang enthalten ist. Aber abgesehen davon bekommt ihr ein klasse Fahrzeug für rund um die 265 Euro. Der Wagen ist komplett cool gelagert, hat viele Metallteile, mehr Chassisrahmen, die Getriebezahnräder und Teile der Aufhängung. Zudem sind die Ölis auch aus Metall. On top kommen noch ein paar nettes Scale-Teile, außerdem kommt die Beleuchtung hinzu. Dies ist zwar einfach gehalten, kann aber über den Sensor geerschaltet werden. Und ja, er schaut aus wie der TX4. Und diesen Punkt greife ich auch gleich einmal auf, um die Unterschiede anzuschneiden. Der Traxxas hat vielleicht mehr Möglichkeiten für Upgrades, aber das ist auch sein größter Schwachpunkt. Wenn ihr eine Sache ändern wollt, müsst ihr meistens mehr Dinge ändern bzw. dazukaufen, als ihr es geplant habt. Und das nervt. Als einfaches Beispiel erzähle ich immer gerne von meiner Temperaturanzeige. Um die Motortemperatur herauszubekommen, wird das Telemetrieset, der Sensor und richtig, selbst der Halter nebst einem Kabelbinder für den Sensor darf auch noch dazu gekauft werden. Ach ja, und nicht zu vergessen, das WiFi-Modul in die Funke muss eingebaut und gekauft werden. Zusätzlich kommt der Handyhalter dazu. Die App ist dann nachher wenigstens gratis, aber ihr habt dann euer Telefon auch während der Fahrt auf dem Sender. Ich habe aber auch den TX4 neuen Bronco auf meiner Projektliste. Mit allen Traxxas-Teilen wie Beleuchtung, Winde, Telemetrie, Einsteckereservo mit dem Metallarm, ein Soundmodul, Reifen von ProLine und zwei neuen Batterien. Ja, und dann sind mal eben 2K durch den Kamin. Aber zurück zum Beluga. Das wichtigste, was gegenüber dem TX4 fehlt, sind die über die Funke sperrbaren Differenziale. Der Beluga hat noch nicht mal Diffs. Die Kraft wird einfach nur über Zahnräder um die Ecke geleitet. Aber ist das wirklich ein Nachteil? Da bin ich nicht so ganz überzeugt. Die meiste Zeit fahre ich mit meinem TX4 mit gesperrten Diffs. Die Diffs in meinem CR-01 von Tamiya sind auch dauerhaft gesperrt. Ich habe den Beluga nun um die 4 Stunden getestet und habe die Differenziale nicht wirklich vermisst. By the way, dabei habe ich einen 4.500 mAh LiPo Akku benutzt und diesen noch nicht einmal leer bekommen. Eine andere Sache, über die man meckern könnte, ist das weiche Plastik an den Stoßstangen und Trittbrettern. Auch hier gab es bei mir keine Probleme. Und solange der Beluga für meine Enkel gedacht ist, könnte sich das sogar als Vorteil herausstellen. Alles in allem ist der Wagen prima, so wie er geliefert wird. Man kann einiges upgraden, was meiner auch gezeigt hat, aber das braucht es. Um in das Crawl hineinzuschnuppern oder um auszuprobieren, ob der Nachwuchs überhaupt daran Spaß hat, dafür ist der Beluga super. Wenn es sich aber als euer Ding herausstellt, könnt ihr wie immer noch mehr für einen anderen Wagen ausgeben oder diesen hier upgraden. Das Beste, was meiner bekommen hat, ist der Hobbing Fusion SE Brushless Motor. Einfach fantastisch und der Beluga läuft super mit ihm. Die einzige Sache, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ist die Ersatzzeitversorgung. In der Anleitung sind alle Teile aufgelistet, aber ich kann nicht sagen, wie einfach oder schwer es ist, diese zu bekommen. Und es sollte zudem auch klar sein, dass nicht alle Teile, die man für einen TX-4 oder einen SX-10 am Markt bekommt, nicht unbedingt für den Beluga passen. Die Achsen werden so einen Punkt, über die ich mir noch keinen Kopf gemacht habe. Im Augenblick bin ich aber glücklich mit meinem Beluga. Also bitte teilt mir doch mal eure Gedanken mit. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren äußern. Und wie immer, bitte liken, teilen und Abo dalassen. See you soon on ACBirds! Jetzt zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020